Wir wollen Zucker, wir wollen Zucker! Wir wollen Zucker, wir wollen Zucker, wir wollen Zucker! Das sieht gut aus, das sieht gut aus! Da haucht der Sieg! Wir sind noch in 0-1-2! Kommt die MFC, da geht's! Wir sind sicher, wenn ihr es schläft! Jetzt bitte genau hin! So, der Schleppzug ist bereits! So, der Schleppzug ist bereits! So, der Schleppzug ist bereits! So, der Schleppzug hereinzulandern! Neustätisch! Jetzt sind wir da an den Klocken, wenn wir sitzen! Und gut dabei! So, der Schleppzug ist schon! Hey, 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 hey. Hauptsache, auf hinein, jawohl! Sie schaut gut aus, sie schaut sehr gut aus, das schaut ganz gut aus, Fritz, sie schaut perfekt aus. Und die Erde auf den wieder, yo! Alexander Urlauss vom MFC Halkoven mit seiner Bell-Ups. Das ist ein Wettbewerb. Und der ist natürlich auch der große Hörer, der Cheffilo des MF6. Philo Saints. Oh, ein Bilderbuch da! So, und der Gottfried, der verwendet noch die traditionelle Landetiste. Dankeschön! Gottfried, das war Spitze! Ein super Grellung! Glückwunsch mit diesem wunderschönen Gyrokontakt! So, und jetzt! Wunderschönes Modell! Wunderschönes Modell. Sehr überrascht, wie sein. Jetzt hat er 300 Stunden! Wir haben ein guter Grundstart von Daniel mit seiner Rundersinnung. und sieg, in den Glamen, wir haben den Glamen geimpft.